Ich möchte noch mal ganz kurz was sagen zu dem More Nutrition Thema. Ich weiß, ich habe im letzten Stream schon mal was dazu gesagt. Ich habe auch schon oft was dazu gesagt. Ich fühle mich jetzt aber genötigt, obwohl ich eigentlich hier nicht auf Öffentlich-Rechtliche so oft reagiere, weil die eben oft, ne, claimen, striken, da muss man immer aufpassen. Ich fühle mich jetzt aber dazu genötigt, weil mich Leute irgendwie meinen, dazu nötigen zu müssen. Und da gebe ich einfach mal nach. Spaß beiseite. Mir wird mittlerweile so auf Instagram und so vorgeworfen, dass ich irgendwie nichts zu dem More Nutrition Skandal sagen würde, weil Rezo mein Freund ist und alle anderen Leute würden auch nichts dafür sagen, weil Rezo so viel Einfluss hat. Nein, actually nicht. Also ich mag Rezo sehr gerne. Er hat mir sogar vor ein paar Tagen noch ein PR-Paket zukommen lassen, das da hinten liegt. Aber natürlich gehe ich auch ganz offen mit solchen Sachen um und sage zum Beispiel, wie ich es schon ganz oft gesagt habe, dass mir von ganz, ganz vielen meiner YouTube-Kollegen die Werbepartner nicht gefallen. Und das ist auch nichts Neues. Ich gehe jetzt gleich nochmal genauer auf diese Themen hier ein. Aber zum Beispiel, wir sehen hier einen dunklen Parabelritter. Ich feiere den absolut. Ich finde toll, was der auf YouTube macht. Aber auch der hat Werbepartner. Und ihr wisst das, wenn ihr hier regelmäßig im Chat auf Twitch dabei seid, wo ich immer so sage, also dafür würde ich ja nicht werben und so weiter und so fort. Und deswegen war das für mich erstmal so überhaupt nicht die Frage. Aber natürlich kann ich an dieser Stelle sagen, ich würde niemals für More, Protein oder was auch immer werben. Ich würde generell mit meinem Wissen heute maximal in ganz bestimmten Ausnahmefällen, aber eigentlich nicht für Nahrungsergänzungsmittel werben. Und ich würde auch auf gar keinen Fall, und das habe ich schon öfter mal deutlich betont, für Produkte mit Süßstoffen werben, die suggerieren, dass man Süßstoffe im Übermaß konsumieren kann, ohne Nachteile davon zu haben. Was meine ich damit? Ich habe es auch letztens schon mal angerissen. Ich hatte ja damals ein Video gemacht über Pamela Reif und ihre Fitnesslinie so ein bisschen kritisiert und habe dann in dem Video aber gesagt, übrigens, in so einem kleinen Nebensatz habe ich das erwähnt, ich halte von Süßstoffprodukten auch überhaupt nichts. Ich kann das hier einmal kurz erläutern, warum ich von Süßstoffen nichts halte, weil ich erstens aus der Vergangenheit viele, nein nicht viele, aber ein paar vereinzelte Fälle kenne, wo Leute mit Süßstoffen Suchtverlagerungen betrieben haben, sprich eigentlich zum Beispiel eine Magersucht hatten und dann so Sachen gemacht haben, wie, keine Ahnung, Süßstoff gelutscht, damit man etwas hat, was aber nicht dick macht. Und, und das kommt noch hinzu, weil ich glaube, dass Süßstoffe noch nicht auserforscht sind, da ist die Forschung einfach noch nicht komplett so weit. Und es gibt auch heute schon so ein paar Sachen, dass gesagt wird, manche Süßstoffe sollte man nicht unbedingt erhitzen, dann könnten die krebserregend sein. Und gibt es vielleicht einen Zusammenhang mit Süßstoff und der Verarbeitung von Insulin? Also könnte Süßstoff ganz eventuell in großen Mengen auch Auslöser für Diabetes sein? So was alles. Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen, weil ich unendlich tief nicht im Thema bin, weil ich irgendwann vielleicht mal ein Video dazu mache, aber noch nicht heute. Und deswegen kann ich mehr dazu nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich persönlich und ich bin ein sehr gesunder Esser, also ich hatte natürlich das, was viele Mädels haben in ihren Teenagerjahren, dass man sich auf einmal zu dick findet und dann anfängt Kalorien zu zählen. So kenne ich definitiv auch. Gab es auch schon Zeiten bei mir in der Vergangenheit, die nicht so gut waren. Aber ich würde sagen, ich habe mittlerweile ein sehr, sehr gesundes Verhältnis zum Essen. Und für mich sind Süßstoffe nichts, was ich in großen Mengen in meinen Lebensmitteln haben will. Genauso aber, wie ich auch Zucker nicht in großen Mengen in meinen Lebensmitteln haben will. Ich persönlich habe die Überzeugung, dass es möglichst wichtig ist, wenig Zucker zu konsumieren, wenig Süßstoffe zu konsumieren und eher herzhafte Dinge, auch mal bittere Dinge, saure Dinge und vor allem sehr wenig verarbeitete Dinge zu konsumieren. So. Oh, der Chat stimmt hier auch ein bisschen zu bei Süßstoffen. Also wie gesagt, vielleicht kommt dazu irgendwann mal von mir ein Video. Jetzt gibt es noch zusätzlich die Gerüchte. Ja, das More Nutrition. Und wie gesagt, ich bin da nicht so super im Thema, aber durch den Dude, der das führt und so weiter, auch ein paar komische Sekten-ähnliche Strukturen hat. Also das hat der Dunkelparabler-Ritter hier in dem Video sehr gut aufgearbeitet. Könnt ihr euch gerne angucken. Für mich ist es halt so ein bisschen das Weight Watchers-Phänomen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Weight Watchers erinnern könnt. Auch das war ja so, na okay, das ist jetzt auch keine Sekte, aber das war auch sowas, wo Leute darauf geschworen haben und eine eingeschworene Community waren und so weiter und so fort. Und ja, kann man jetzt sehen, wie man will. Finde ich auch nicht so cool. Ich finde halt das Angst-Marketing auch nicht gut. Da hatte, glaube ich, Unico irgendwann mal ein Video zu gemacht. Moment, genau. Also Unico hatte mal ein Thema aufgegriffen, wo von Christian Wolf, der eben auch zu Teilen irgendwie zu More Nutrition gehört, so ein bisschen Angst-Marketing betrieben wurde. Das heißt, es wurde gesagt, ey Leute, wenn ihr die und die Supplemente nicht nehmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher, dass bei eurer Schwangerschaft was schief geht oder irgendwie sowas in der Art. Finde ich auch nicht cool. Und deswegen kann ich nur sagen, abschließend, ich halte nichts davon. Ich würde dafür nicht werben. Ich gehe aber auch niemanden persönlich an, der für irgendetwas wirbt. Ich habe es schon einmal gesagt, viele meiner YouTube-Kollegen werben für Sachen, wo ich absolut niemals hinterstehen würde. Die haben aber vielleicht auch wiederum das Gefühl, dass ich für Sachen werbe, die sie scheiße finden. Aber jetzt habt ihr es einmal von mir gehört. Und jetzt lassen mich hoffentlich Leute endlich in Ruhe. Danke. Und übrigens, ich habe auch bis jetzt noch nichts dazu gesagt, weil ich halt einfach krank im Bett lag und wirklich richtig krank. Naja. Gut. Gut.